1,51 € 1,51 € Alter, was geht ab? Da tanke ich aber nicht voll, Mann! Das ist ja mal ein Preis, der gar nicht geht, Mann! Wann war es denn das letzte Mal so teuer? Ich glaube 1,60 € war es mal so 2015. Aber 1,51 € ist schon heftig hoch. Deswegen ist die Tankstelle auch sicher leer. Wahrscheinlich ist nur diese Tankstelle immer Berufszeit. Und deswegen ist es jetzt so teuer. Mit den Leuten, die morgens nicht tanken oder so verkacken. Was macht der Idiot? Hier ist eine Ampel, Junge! Er hat jetzt glaube ich auch gecheckt, dass da eine Ampel ist. Ich will ungern hinter dem fahren. Er ist auf jeden Fall irgendwie ein bisschen krank. Ich fuhr schon die ganze Zeit ziemlich langsam. Als wäre er mit seinem Kopf worden nass. Vielleicht hat er auch gerade einfach nur die Ampel nicht gesehen. Es waren ja nur zwei Pfosten mit Lichtern im typischen Ampel-Design. Also er macht mir Platz, das ist nett, aber ich werde ihn da nicht überholen. Das ist mir zu dangerous. Alles gut, es macht dir keine Sorgen, es ist kein Stress. Ja Leute, was geht ab? Wir kommen hier im Start. Die Sonne ist so hell heute, das ist echt mega krass. Sodass ich sogar diesen komischen Sonnenschutz noch mit runter gemacht habe. Man hat ja diese innere Sonnenbrille quasi. Aber die ist bei mir, seitdem ich diesen Helm habe, schon immer verschmiert. Ich habe die einmal versucht sauber zu machen, aber dieser Schmier oder so ging nicht ab. Deswegen dachte ich erst, da ist vielleicht so ein Plastikding drauf. So eine Schutzfolie. Aber irgendwie war das nicht der Fall. Wir fahren jetzt erstmal Autowaschen, Motorradwaschen, wie ihr schon sehen könnt. Hier überall Pollen und so eine Scheiße. Das machen wir erstmal in einem ganz schnellen, in einem ganz schnellen, in einem ganz schnellen? Das Lustige ist, ich will es kurz halten und kann dann nicht reden, weil ich sprachbehindert bin. Aber das ist gar nicht schlimm. Das kennen wir ja schon von mir, dass ich es mit der Sprache manchmal nicht so habe. So. Ja, du wartest jetzt. Nice. So. Genau. Waschen wir jetzt einfach mal kurz das Auto. Ich meine das Motorrad. Was ist das, du blinkst rechts und fährst links? Ja. Du hättest doch warten können, ey. Ich habe abgewürgt. Sauber! So, wir sind jetzt angekommen und gönnen uns jetzt erstmal die volle Ladung. Ganz lustige Story. Hier hat ja Lukas Litt ein Herz drauf oder ich habe das Herz drauf gemacht und Lukas hat hier Litt hingeschrieben. Und mein kleiner Bro hat das gesehen. Er liest so Litt und dann erwischt so weg. Oh, Lukas. Er mag mich mehr als dich und daran wird sich nie was ändern. So, mit was fangen wir an? Wir fangen direkt mit der Hauptwäsche an. Da läuft das Wasser runter. Egal. So. Jetzt haben wir ein Problem. Wir haben nur zwei Euro Stücken. Gibt es hier irgendwo so eine Münzwechsler? Münzwechsler Automat. Münzwechsler Automat. Nope. Irgendwie nicht. Zwei Euro Schaumlanze ist aber schon heftig. Vielleicht gehen hier meine Bart rein. Kann hier nicht 20 Cent Stücke reinwerfen, ne? Nope. Gucken, ob er die Bart annimmt. Nope. Interessant. Ich habe für zwei Euro Schaum gemacht. Ja. Ja. Aber der Schaum ist irgendwie nicht mehr so schaummäßig. Kennzeichen schön. Soviel zu meinem Kurzwaschen gehen. Denn der eigentliche Inhalt dieses Videos wird, ähm, Q&A. Ich habe auf Insta, die Leute die mir noch nicht auf Insta gefolgt haben, ich blende es hier mal ein, folgt mir auf Insta, ähm, konntet ihr mir Fragen stellen, die euch quasi interessieren, die ihr noch nicht beantwortet habt oder die ihr einfach noch nicht wusstet oder die einfach geheim sind. Ich habe schon mal drüber geguckt, da sind so höchst intelligente Fragen wie Döner oder Pommes, äh, Pizza und so eine Fragen. Und die werde ich jetzt gleich beantworten, aber dazu rolle ich dann in die Sonne, wie die Leute mich im Auto angaffen. Ich glaube, da gibt es gleich noch eine richtige Boilerei, weil, ähm, irgendwie dieser Mercedes sieht fast so aus, als würde er den Oldtimer gleich, äh, den Platz wegnehmen, wenn ich hier rausrolle. Ich bin gespannt. Das wird wirklich spannend. Die denken sich auch bestimmt, ist der Junge behindert? Wie viel Wasser benutzt der für sein Motorrad? Das ist doch nur ein Motorrad. Ja, ich muss mal auch mal wieder das Profil neu machen. Hier unten, schön, sehr schön. Hier, ja, wir haben es geschafft. Endlich fertig. Jetzt kann man eigentlich, wenn man zwei Euro reinwirft, währenddessen, ähm, ändern, quasi, dass man zwei Euro reinwirft, aber alles macht. Vorwäsche, Lotusschaum und so weiter. Das wäre mal gut zu wissen. So, wir rollen jetzt mal nach hinten. Mal gucken uns an, wer sich den Platz legt. Ah, der, der fährt schon. Wir haben es geschafft. Sehr gut. Jetzt chillen wir uns hier hin, neben diesem Mixerfall. Da gab es auch keine Boilerei. Da ist ja nicht Schwebeflieger an meinem Bike. Wunderschön. So. Wir gönnen uns das jetzt. Und beantworten ein paar, und beantworten ein paar Fragen. Nur irgendwie ist das Internet nicht so stabil gerade. Das ist normal, weil wir sind mitten in Berlin. Da kann es schon mal sein, dass das Internet nicht so stabil ist. Halb. So, Leute. Und damit geht es jetzt los. Naja, was macht der Rabe da? Alter, hau ab. Es geht doch nicht los. Vielleicht muss ich auch einfach dieses... Oh, guckt euch den Liebhaber an. Der sprüht erstmal mit so einem Gummireiniger wahrscheinlich seine Reifen an. Richtig classy sein Style. Genau zum Auto passen. Was ist denn los? Ich habe doch Internet. H+. HSDPA. Am Start. Oh ja. Geht denn Clash Royale? Jetzt schreibt nicht in die Kommentare, äh, du spielst Clash Royale? Äh, wie heißt dein Clan? Äh, 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 äh. Seitdem die das Update gemacht habe, ist das Spiel eh scheiße. Clash Royale geht auch nicht. Ich habe also kein Internet mehr, also habe ich auch kein Handy mehr. Guckt euch die sexy Hülle an. Sexy. Also. Was machen wir jetzt hier? Wir sitzen, warten darauf, dass es vielleicht ein bisschen trocknet. Denkt ihr, mit einer Plastiktüte kann man das ein bisschen sauber, äh, trocken machen? Ich habe hier so eine Plastiktüte. Ich weiß auch nicht warum. Die ist oben zerrissen. Die habe ich gefunden auf der Straße. Ich fand sie schön. Sie hat eine weiche Konsistenz. Findet ihr nicht auch, dass Plastiktüten immer sehr weich sind? Ich glaube, die machen da auch irgendwie so ein... Na, so ein Zeug, dass das nicht klebt, weil ich glaube, wenn die die machen in der Plastiktütenfabrik, kleben die doch theoretisch voll aneinander, oder? Meint ihr nicht? Und da haben wir wieder die Scheiße. Es leuchtet so schön, dass einfach diese ganzen Scheißfliegen kommen. Das ist mega nervig. Mega nervig. Aber ist nicht schlimm. Hey, das funktioniert echt gut. Also ich glaube, man verteilt damit, macht man nur mehrere kleinere Wassertropfen aus dem Großen eigentlich. Und dadurch trocknen die schneller. Ich muss das Bike vielleicht gleich mal umdrehen. Also nasse Plastiktüten sind auch so eine Sache. Die finde ich echt nice. Ich lege erst mal diese Tüte, oder nein, ich hänge sie... Ich hänge sie hinten. Diese Tüte hat einen besonderen Wert für mich. Sie hat mir geholfen, das Motorrad trocken zu machen. Und wir probieren es jetzt nochmal. Hey, Kawakiu, ich habe deinen Code gesehen. Okay. Ich glaube, ah ja, was auch hilft, ist doch einmal Flugmodus reinmachen. Danke. So, Flight Mode. Yes. Feed. Also, irgendwie. Oh, oh. Seht ihr das Icon da oben? Das ist einfach... Ich habe keinen Empfang. Wie kann sowas sein? Geht sowas überhaupt? Also, ich habe hier auf jeden Fall zwei Fragen schon mal, die ich so sehen kann. Der Alpi fragt beste 125er. Rennradfahrer. Rennradfahrer. Best 125er ist auf jeden Fall die Grom. Alle, die was anderes behaupten, sind Lügner. Der Typ ist aber auch happy. Warum kommen so wenig Grom Squad Videos sowohl, obwohl du öfters welche aufgenommen hattest? Warum chillst du jetzt hier, Mann? Das ist mein Platz, Mann. Ich chille hier weit und breit. Hier ist nicht mal eine Haltefläche und ich werde belästigt. Ja, ich habe so viele Videos, die ich noch nie hochgeladen habe. Vor allem auch viele mit Bay 2, die es nie geschafft haben, weil nach dem Verlust von Bay 2, muss ich sagen, habe ich dann auch nicht mehr so... Das hat mich ein bisschen fertig gemacht. Versteht ihr? Und genauso ist es bei den anderen Videos. Dude, was machst du? Also, ich werde jetzt belästigt. Wir machen jetzt mal was Neues. Wir machen mal einen richtigen Restart. Kommt der wirklich in eine Waschbox, um sein Fahrrad zu waschen? Als ob er sein Fahrrad in eine Waschbox wäscht. Jetzt geht er da hin und sagt, ey, Dude, darf ich einmal spritzen? Der wollte wirklich in eine Wasch... Warum will der in eine Waschbox? Warum? Warum will er in eine Waschbox? Das verstehe ich nicht. Dum, 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 dum. habt ihr das schon gesehen? Lukas Litts bester Post, ja, 10.615 Likes heute morgen, ist der Post auf meiner Kawasaki. Haha Lukas! So, hat er das jetzt hochgeladen? Ja man, es funktioniert! Wir sind drin! Okay, das ist schön, aber ich glaube das Video ist jetzt schon mega lang geworden, also sage ich jetzt einfach mal hier schon mal tschüss. Hier sage ich jetzt schon mal tschüss. Wir sehen uns im nächsten Video. Das nächste Video ist dann vermutlich Question and Answer. Ihr könnt mir eure Instagram Fragen stellen, Fragen stellen über Instagram. Macht's gut Leute! Wir sehen uns im nächsten Video. Ihr Schlingeln! die Untertitelung des ZDF für funk, 2017